Die Universität Hohenheim ist eine Campus-Universität im Stuttgarter Stadtbezirk Plieningen. Große Teile der Universität sind im Schloss Hohenheim untergebracht. Ihre fachlichen Schwerpunkte sind Agrar-, Natur-, Kommunikations- und Wirtschaftswissenschaften. Angeschlossen ist die Universitätsbibliothek. Im Bereich der Agrarwissenschaften ist die Universität weltweit gut vernetzt. Sie ist Gründungsmitglied der Juroleague for Life Sciences und mit China verbunden. In Rankings zu wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen und Kommunikationswissenschaften findet sich die Universität Hohenheim im Spitzenfeld. In Agrarwissenschaften nimmt sie in Deutschland den ersten Platz ein, Geschichte. Die Hohe Karlschule ab 1781, die erste Universität der Stadt, bestand von 1770 bis 1794. Die Universität Hohenheim wurde 1818. Die Universität Stuttgart 1829 gegründet, die beiden Universitäten kooperieren in Forschung und Lehre. Die Universität Hohenheim geht zurück auf die Landwirtschaftliche Unterrichts-, Versuchs- und Musteranstalt, die durch König Wilhelm I. von Württemberg am 20. November 1818 gegründet wurde. Nachdem die katastrophalen Missernten im Jahr ohne Sommer 1816 zu einer Hungersnot im Folgejahr 1817 geführt hatten. Erster Direktor der Anstalt war Johann Nepomuk Hubert von Schwerz. Schon damals war der Schule die aus der Staatsdomäne Hohenheim erwachsene Gutswirtschaft angegliedert. Der Leitung der Anstalt unterstellt waren auch die Waisenanstalt und seit 1842 die Gartenbauschule. Letztere wurde 1949 wieder aus der Hochschule ausgegliedert. 1847 wurde die Anstalt durch Erlass von Wilhelm I. zur Landwirtschaftlichen Akademie erhoben. Der Ausbildungsschwerpunkt lag zunächst eindeutig im Agrarsektor, so gab es zunächst Professoren für Land- und Forstwirtschaft, Technologie, Naturwissenschaften, Mathematik und Physik und 1875 kamen die Agrikulturchemie sowie die Volkswirtschaftslehre hinzu. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging man dazu über, die bis dato alleinstehenden Lehrstühle zu Instituten zusammenzufassen. Mit der Aufbruchsstimmung der Deutschen Reichsgründung 1871 kam auch ein neues studentisches Bewusstsein nach Hohenheim. Der Gründung der Akademischen Gesellschaft Gemütlichkeit folgten weitere 13 Eröffnungen von Studentenverbindungen, in welchen um die Jahrhundertwende nahezu alle der rund 1.000 Hohenheimer Studenten organisiert waren. Das Verbindungsleben endete jedoch weitgehend mit dem Kriegsbeginn 1914. Nicht alle Verbindungen wurden nach Kriegsende wieder rekonstituiert. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden die Verbindungen verboten. Die Verbindungshäuser enteignet und in Hohenheim gleichgeschaltete Kameradschaften eingerichtet. Nach dem Krieg konnten die dann erneut rekonstituierten Verbindungen ihre frühere Bedeutung nicht wieder erlangen. Aufgrund einer Eingabe von Kammerpräsident John C. von Speikönig Wilhelm II. von Württemberg wurde 1904 die Akademie in Landwirtschaftliche Hochschule Hohenheim umbenannt. 1918-19. erhielt die Hochschule das Primotions- und Habilitationsrecht sowie 1922 eine Rektorratsverfassung, die einem Senat als eigentlichem Beschlussorgan der Hochschule einen starken Rektor gegenüberstellte. Mit der Berufung Margarete von Brangels auf den Lehrstuhl für Pflanzenernährung im Jahr darauf wurde erstmals in Deutschland eine Frau zum ordentlichen Professor ernannt, hatte Hohenheim um 1848 nur ca. 100 Studierende, so war die Studentenzahl 1922 auf über 1.000 angewachsen. 1934 wurde der Rektor zum Führer der Landwirtschaftlichen Hochschule ernannt und mit noch mehr Rechten ausgestattet. Der Senat hatte lediglich noch eine beratende Funktion. 1946 wurde die Verfassung von 1922 wieder in Kraft gesetzt und Adolf Münzinger zum Rektor gewählt. Die Hochschule hatte die Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs verhältnismäßig gut überstanden, sodass nach dem Krieg ein schnelles Wachstum einsetzte. Ende der 1950er war die wissenschaftliche Spezialisierung so weit fortgeschritten, das an einen über die reine Agrarwissenschaft hinausgehenden Ausbau der Hochschule nachgedacht wurde. 1964 wurde die biologische Ausbildung ausgebaut und es wurden zwei Fakultäten gegründet. In der Folge wurde eine ganze Reihe von naturwissenschaftlichen Lehrstühlen eingerichtet. 1967 wurde die Hochschule umbenannt in Universität Hohenheim, der Klammerzusatz ist inzwischen entfallen. 1968 wurden die wirtschaftswissenschaftlichen Bereiche aus der Agrarwissenschaftlichen Fakultät in eine eigene wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ausgegründet. Das Baden-Württembergische Landeshochschulgesetz von 1968 und das Universitätsgesetz von 1978 reformierten den Verwaltungsapparat der Universität. Ihr stand nun ein auf acht Jahre gewählter Präsident vor. Aus den ehemals drei wurden 1978 fünf Fakultäten. In der Folge wurde die ehemalige berufspädagogische Hochschule Esslingen in die Universität eingegliedert. Mit dem neuen Universitätsgesetz wurde 2000 wieder die Rektorratsverfassung eingeführt. 2002 wurde Hans-Peter Liebig für eine sechsjährige Amtszeit zum Rektor gewählt und 2008 im Amt wieder bestätigt. 2005 war die Universität Mitbegründerin der Hochschulregion Tübingen-Hohenheim. Die fünf Fakultäten wurden zu dreien zusammengefasst. 2007 studierten in Hohenheim deutlich über 6000 Studierende. Die Anzahl der Universitätsbediensteten lag bei 1200 Personen, darunter 120 Professoren. Am 16. Dezember 2011 wurde der Hohenheimer Agrarökonom Stefan Dabert zum neuen Rektor der Universität gewählt. Er hat sein Amt zum 1. April 2012 angetreten. Infrastruktur. Das starke Anwachsen der Studentenzahlen machte eine Unterbringung der gesamten Hochschule im Schloss Hohenheim unmöglich. 1973-76 wurde das Biologiezentrum errichtet, 1985 eine neue Mensa, 1989 ein Technikum für die Lebensmitteltechnologie, 1991 ein Bau für Pflanzen-, Züchtung- und Landessaatzuchteranstalt, 1987 vier Kavaliershäuser zur Unterbringung geisteswissenschaftlicher Einrichtungen, 1993-DK-Sekunden-Verfügungsgebäude für Drittmittelforschung und Nachwuchswissenschaftler, 1994-DK-Sekunden-Euroforum, 1996 wurde das Ökologiezentrum in Betrieb genommen. Im Jahr 2009 wurde ein neues Laborzentrum in der Gabenstraße eröffnet. Institute und Einrichtungen Fakultät Naturwissenschaften Institut für Angewandte Mathematik und Statistik Institut für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft Institut für Botanik Institut für Chemie Institut für Genetik Institut für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie Institut für Lebensmittelchemie Institut für Mikrobiologie Institut für Physik und Meteorologie Institut für Physiologie Institut für Physiologie und Biotechnologie der Pflanzen Institut für Zoologie Fakultät Agrarwissenschaften Institut für Agrar- und Sozialökonomie in den Tropen und Subtruppen Institut für Agrarpolitik und Landwirtschaftliche Marktlehre Institut für Agrartechnik Institut für Bodenkunde und Standortslehre Institut für Kulturpflanzenwissenschaften Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie Institut für Landwirtschaftliche Betriebslehre Institut für Nutztierwissenschaften Institut für Pflanzenproduktion und Agrarökologie in den Tropen und Subtruppen Institut für Pflanzenzüchtung, Saatgutforschung und Populationsgenetik Institut für Phytomedizin Institut für Sozialwissenschaften des Agrarbereichs Institut für Tierproduktion in den Tropen und Subtruppen Versuchsstation für Agrarwissenschaften Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Institut für Financial Management Institut für Healthcare und Amp Public Management Institut für Marketing und Amp Management Institut für Interorganisational Management und Amp Performance Institut für Volkswirtschaftslehre Institut für Rechts- und Sozialwissenschaften Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik Institut für Kommunikationswissenschaft Forschungszentren Food Security Center Forschungszentrum für Bioökonomie Forschungszentrum für Gesundheitswissenschaften Forschungszentrum für globale Ernährungssicherung und Ökosystemforschung Forschungsstellen Forschungsstelle für Agrar- und Umweltrecht Forschungsstelle für Export- und Technologiemanagement Forschungsstelle für Genossenschaftswesen Forschungsstelle für Medienwirtschaft und Kommunikationsforschung Forschungsstelle für Weinrecht Forschungsstelle Glücksspiel Forschungsstelle Internationales Management und Innovation Interdisziplinäre Forschungsstelle für Wettbewerbspolitik und Wirtschaftsrecht Studiengänge Bachelorstudiengänge Agrarbiologie Agrarwissenschaften Biologie Biologie Lehramt an Gymnasien Ernährungsmanagement und Diätetik Ernährungswissenschaft Kommunikationswissenschaft Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie Nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie Wirtschaftsinformatik in Kooperation mit der Universität Stuttgart Wirtschaftspädagogik Wirtschaftswissenschaften Masterstudiengänge Agrarwissenschaften Agrartechnik Bodenwissenschaften Pflanzenproduktionssysteme Tierwissenschaften Agricultural Economics Agribusiness Agricultural Economics Agricultural Sciences in the Tropics and Subtopics Bioekonomie Biologie Crop Sciences Economics Environmental Protection and Agricultural Food Production Environmental Science Soil, Water and Biodiversity Earth System Science Ernährungsmedizin Food Biotechnology Food Science and Engineering International Business and Economics Kommunikationsmanagement Kommunikationswissenschaft und Medienforschung Landscape Ecology Lebensmittelchemie Management Molekulare Ernährungswissenschaft Nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie Organic Agriculture and Food Systems Wirtschaftsinformatik Wirtschaftswissenschaftliches Lehramt Promotionsstudiengänge Doktor der Naturwissenschaften Doktor der Agrarwissenschaften Doktor der Wirtschaftswissenschaften Doktor der Sozialwissenschaften Bekannte Hohenheimer Wolfram Acht Nichtdeutscher Pflanzenbauwissenschaftler Friedrich Erebe Deutscher Agrarökonom Gerhard Allewald Wissenschaftler auf dem Gebiet des Weinbaus und Züchter Neuerripsorten Walter Aufhammer, deutscher Pflanzenbauwissenschaftler Theodor Bergmann, Professor für international vergleichende Agrarpolitik Hans-Jürgen Beug, deutscher Botaniker Ewald Birkenhoff, Agrarmarktökonom und langjähriger Berater der deutschen Landwirtschaftsminister Ralf Brinkhaus, deutscher Politiker und Mitglied des Deutschen Bundestages Walter Brauer, deutscher Pflanzenbauwissenschaftler Heinrich Buchnauer, ist ein deutscher Agrarwissenschaftler und Phytopathologe Hans-Peter Burghoff, deutscher Finanzwissenschaftler Ferdinand Kohn-Blind, verübte das Attentat auf Otto von Bismarck Werner Doppler, Agrarökonom mit Schwerpunkt Entwicklungsländer Klaus Werner Eichhorn, Agrarwissenschaftler, Fachbereich Phytopathologe und Rippschutz Oskar Fahni, Politiker und Vorstandsvorsitzender der VKD Ulrich Fellmeth, deutscher Althistoriker, Archiver und Museumsleiter der Universität Hohenheim Dietrich Karl-Ernst Feefsen, Agrarwissenschaftler, Populationsgenetiker und Tierzüchter Günther Franz, Agrarhistoriker, Karl Fruwitt, österreichischer Agrarwissenschaftler John C., Fansch-Gutsbesitzer, Oldenburgischer Kammerpräsident sowie Antragsteller des Hohenheimer Primotionsrechts Hans Geidel, deutscher Informatiker und Agrarstatistiker Gerhard Geisler, deutscher Pflanzenbauwissenschaftler Georg Klimaroth, deutscher Pflanzenbauwissenschaftler Karl Göritz, deutscher Agrarwissenschaftler Friedrich Großmann, deutscher Agrarwissenschaftler des Pflanzenschutzes Wilhelm Heinrich von Quinner, deutscher Autor und Forstmann Harry Hahn, deutscher Chemiker Wolfgang Haubold, deutscher Chemiker, Hohenheimer Universitätspräsident 1990-1994 Hans Hegel, Landwirt, Aufsichtsratsvorsitzender der Süddeutschen Zucker AG Franz Heithüs, Agrarökonom mit Schwerpunktentwicklungsländer Wilhelm Herthenstein, schweizerischer Politiker und Bundespräsident Jörg Hofmann, Vorsitzender der IG Metall Günther Kant, deutscher Agrarwissenschaftler im allgemeinen Pflanzenbau und ökologischen Landbau Bing Senkai, Präsident der China Agricultural University Student der Universität Hohenheim Walter Keidel, Vorstandsvorsitzender der ZG Raiffeisen Karlsruhe und Ehrensenator der Universität Hohenheim Helmut Kilper, Vorstandssprecher der Südzuckermann Heim AG und Ehrensenator der Universität Hohenheim Werner Kirsch, Agrarwissenschaftler, Fütterungsexperte und Tierzüchter Ernst Klapp, deutscher Agrarwissenschaftler, er gilt als Begründer der Grünlandwissenschaft Johannes Knecht, Agrarökonom, Landwirtschaftslehrer und Gründungsdirektor der Höheren Landbauschule Nöttingen Werner Koch, deutscher Herbologe Karl-Heinz Köller, Fachgebietverfahrenstechnik in der Pflanzenproduktion und langjähriger Prorektor für Forschung Paul König, Apotheker, Agrarwissenschaftler und Tabakforscher, Ehrendoktor der LH Hohenheim Ulrich Köster, Agrarökonom, Hochschullehrer in Kiel, Ehrendoktor der Universitäten Hohenheim und Gießen Albrecht Köstlin, Agrarökonom, Landarbeitswissenschaftler und Bautechnologe der Landwirtschaft Wilfried Kretschmann, Politiker von Bündnis 90 Die Grünen, Ministerpräsident von Baden-Württemberg seit 2011 Georg Lakon, deutscher Botaniker und Saatgutforscher Wilhelm Lempeter, Agrarwissenschaftler und langjähriger Professor an den Universitäten in Leipzig und Halle Elias Landold, Oberforstmeister des Kantons Zürich und Professor für Forstwissenschaft an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich Hans-Peter Liebig, Agrarwissenschaftler für Gartenbau, 2002 bis 2012 Rektor der Universität Hohenheim Werner Lindenbein, deutscher Agrikultur-Botaniker und Saatgutforscher Hermann Losch, deutscher Geistlicher, Hochschullehrer und Nationalökonom Klaus Mach-Arziner, deutscher Ökonom und Betriebswissenschaftler Hohenheimer Universitätspräsident 1994 bis 2002 Stefan Mappus, Ministerpräsident von Baden-Württemberg von 2010 bis 2011 Horst Marschner, Pflanzenphysiologe, Fachgebiete Mineralstoffwechsel Bernhard Mattes, Vorsitzender der Geschäftsführung der Fortwerke GmbH Gerhard Michael, deutscher Agrikultur-Chemiker auf dem Gebiet der Pflanzenernährung Hermann Möllberg, Landarbeitswissenschaftler und Bautechnologe, Direktor des KTBL Holger Mühlenkamp, Ökonom, 1998 bis 2003 Professor an der Universität Thorsten Müller, Agrarwissenschaftler für Bodenchemie und Düngung, Studiendekan der Fakultät Agrarwissenschaften Adolf Münzinger, deutscher Agrarökonom und langjähriger Rektor der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim Friedrich Nies, deutscher Geologe, Mineraloge und Paläontologe Michael Jörg Hösterle, deutscher Wirtschaftswissenschaftler Otto Flugfelder, deutscher Biologe insbesondere der Zoologie Roderich Platte, Agrarmarkteökonom, Mitherausgeber der Zeitschrift Agrarwirtschaft Ulrich Planck, deutscher Agrarsoziologe Wolfgang Plischke, Vorstandsmitglied der Bayer AG Gerhard Palmer, Experte für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Helmut Passler, deutscher Politiker, unter anderem Präsident der LA für Umweltschutz Baden-Württemberg Bernhard Rademacher, deutscher Phytopathologe an der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim Erwin Reich, Agrarökonom, Altpräsident der Universität Hohenheim, Berater von Regierungen und wissenschaftlichen Organisationen in Afrika Südamerika und Asien, Hans Rheinwald, deutscher Agrarwissenschaftler Ludwig Wilhelm Ries, deutscher Agrarwissenschaftler Er gilt als Begründer und Pionier der Arbeitslehre im Landbau Volker Röhm Held, deutscher Agrarwissenschaftler, Professor für Pflanzenernährung in Hohenheim Wilhelm Konrad Röntgen, Professor für Physik und Mathematik in Hohenheim von 1875 bis 1876 Nobelpreis für Physik 1901 Günther Rohermoser, deutscher Sozialphilosoph Peter Ruckenbauer, österreichischer Pflanzenzüchter Er war 1983 bis 1989 Professor für Pflanzenzucht in Hohenheim Hans Hartwig Rutenberg, Agrarökonom mit Schwerpunkt Entwicklungsländer Walter Erich Schäfer, Agronom, Dramaturg und Generalintendant des Württembergischen Staatstheaters Michael Schenk, deutscher Kommunikationswissenschaftler Ernst Schlichting, deutscher Bodenkundler Jonas Schmidt, deutscher Tierzüchter und Fütterungsexperte F. Wolfgang Schnell, deutscher Pflanzenzüchter Siegfried Scholtisek, Agrarwissenschaftler, Tierzüchter und Geflügelzuchtwissenschaftler Johann Nepomuk Hubert von Schwerz, Gründungsdirektor der Landwirtschaftlichen Akademie Hohenheim Jürgen Stark, Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank Franz Schenk von Stauffenberg, Chef OEW, Milchhof Stuttgart, Omyra Ravensburg Ernst Valentin von Strebel, deutscher Pflanzenbauwissenschaftler und Agrarökonom George Tuner, deutscher Jurist und Wissenschaftspolitiker Markus Füth, deutscher Betriebswirt Georg Wagner, deutscher Geologe und Hochschullehrer Heinrich Karl Walter, deutsch-russischer Geobotaniker und Ökophysiologe Hermann Warmbult, deutscher Agrarwissenschaftler, Manager und Politiker Günther Weinschank, Agrarökonom und Hohenheimer Betriebswissenschaftler Werner Wülbier, Agrarwissenschaftler, Agrikulturchemiker, Fachbereich Fütterung Emil von Wolf, deutscher Agrikulturchemiker Margarete von Wrangel, deutsch-baltische Agrikulturchemikerin und die erste ordentliche Professorin an einer deutschen Hochschule Taijiro Yamamoto, japanischer Agronom, Unternehmer, Parlamentarier und Minister, Handels- und Landwirtschaftsminister in Japan Christian Seller, Agrarwissenschaftler und Abgeordneter Ecke von C. Schwitz, deutscher Bodenkundler, Agrikulturchemiker und Geologe Siehe auch Hohenheimer Professorin Lexikon 1968 bis 2005 Besonderheiten Die Universität Hohenheim verfügt über einen eigenen Friedhof Dieser wurde 1853 genehmigt Für die Verwaltung und Pflege des Friedhofs ist seitdem die Universität zuständig 1887 wurde der Friedhof das erste Mal und 1945 für die im Hohenheimer Reserve Lazarett verstorbenen Soldaten ein zweites Mal erweitert Hier wurden frühere Professoren und verdiente Hohenheimer begraben Der Friedhof besteht heute aus etwa 100 Begräbnisstätten und einem Urnenfeld aus 15 Liegesteinen Heute wird er nur noch selten für Beerdigungen genutzt ... ...